So, hallo zusammen! Willkommen zurück bei Batman Arkham Origins. Ja, wir stehen hier vorm Eingang des Royal Hotels und da wollen wir jetzt auch mal rein. Wir sind immer noch dem Joker auf der Spur. Was haben wir hier? Der Krankenwagen des Jokers. Er muss in dem Gebäude sein. Oh, da haben wir schon eine fette Clowns-Maske. Wir haben noch einen Stufenaufstieg. Den wollen wir uns natürlich auch noch mal anschauen. Was haben wir denn hier noch? Unsichtbarer Jäger, Nahkampf. Da haben wir ja schon eine Menge geskillt. Da machen wir, denke ich mal, auch weiter. Haben wir aber auch schon. Hier sind wir also so halbwegs fertig. Okay. Was haben wir denn noch? Unterstützende Verbesserung. Gezielter Freeflow. Erreiche den dritten geheimnisvollen Unterstieg. Aha, aha, aha. Das können wir also irgendwie alles noch nicht freischalten. Da müssten wir diese Übungsmissionen für machen. Dann schauen wir mal eben. Unsichtbarer Jäger. Erhöhte Bat-Rang, Betäubungsdauer. Das haben wir schon. Verstärkter Gleitangriff. Frequenzzünder. Dann können wir die nacheinander zünden. Seil ausschalten. Haben wir auch schon. Unterbrecher haben wir auch schon. Unterbrecher, Lautsprecher. Verbessere den Unterbrecher, um die Lautsprecheranlagen in Jägerbegegnungen kurzzeitig zu unterbrechen. Aha. Spulengeschoss. Um eine neue Ausschalttechnik, eine neue spezielle Ferndenkralle-Projektil. Aha, aha. Begrenzte Anzahl an Geschossen. Das ist natürlich nicht so geil. Wo es hier denn wohl noch weiter geht? Ich finde, wir bilden das hier mal aus. Die obere Reihe. So. Dann können wir auch schon weiter. Okay, das Parkhotel. Wie geht es denn hier wohl weiter? Feuerlöscher, Generator. Hallo, lieber Fahrstuhl. Da ist er. Überall die Kohle rum nur. Das ist ja der Hammer. Und dann fahren wir nach oben. Sir, wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich auffällt? Noch nicht. Wieso? Nun, es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten ihn mithilfe der Kameras finden. Okay, ich versuch's. Oh, schöne Party hier, hm? Hier ist ein Luchstrengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frage mich, welche anderen Überraschungen auf mich warten. Das frage ich mich allerdings auch. Kleine Geschenke hier, hm? Wenn du mich fragst, hat er nicht vorzuzahlen. Sobald einer der Killer die Fledermoss erledigt, macht der Boss aus ihm kalt und behält die Kohle. Aha. Ah, da unten ist so ein Störsender. Ah, können wir den schon ausschalten? Da läuft noch einer, das ist nicht gut. Die sind alle bewaffnet. Vielleicht können wir den ja ausschalten. Okay. Und schnell woanders hin. Wo ist der Typ mit dem Störsender? Da. Denk immer nicht, dass wir den so ausgeschaltet kriegen. Oh Gott. Ach du Schande. Jetzt, äh, glaube ich, gehe ich aber wieder. Ja, bingo. Bingo, bingo. Das war nicht so geil. Ah, jetzt machen die mir wieder die, äh, Köpfe da kaputt. Na du? Na, den packen wir uns jetzt. So. Der ist weg. Und wir verkrümeln uns mal eben. Oh, oh, so. Da wollte ich hin. Entschuldigung. Ne, 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 der ist hier nicht. Geh weg, du. Sausack. Ach du Schande. Die wollen uns echt ans Leder hier, die Jungs. Ach du Schande. Was soll das heißen? Versuch mal die Dinger zu benutzen, weil ich sie anballer. Na, jetzt ballern die mir echt die, die Köpfe da oben weg. Sehr gemein. Aber ich hau sie mit dem Batrangle um und dann schön ausschalten. So zum Beispiel. Nichts da. Hier drüben, Leute. Aua. Der hat ein... Ah, der hat ein... Oh Gott. Oh, Feuer. Wir sind fast tot. Oh, wir sind tot. Ah, der mit der Nachtsicht und dem... Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Spielkameraden. Oh, und dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Aha. Müssen wir mal eben eine andere Taktik vielleicht wählen. Der Typ mit dem Störsender muss weg. Am besten irgendwie lautlos. Sobald einer der Killer die Fledermaus erledigt, macht der Boss ihn kalt und behält die Kohle. Wenn er sowas abzieht, wird ihm niemand mehr vertrauen. Er wird vor allen anderen Organisationen in der Stadt das Gewicht verlieren. Sieh dir doch an, was er uns hier machen lässt. Hast du ernsthaft, er hat Angst, das Gewicht zu verlieren? Da ist was dran. Okay. Der Typ kommt also hier hin. Den schalten wir, glaube ich, nochmal so aus wie gerade. Na du? Wie schaut's aus bei dir? Lust auf eine kleine Seilfahrt? So. Okay, die sind jetzt alarmiert. Mann, das muss ganz schön wehtun. So. Und du auch noch. So. Schön schnell weg hier. Wahrscheinlich den, den habe ich nicht erwischt gerade. Ja, die sind jetzt alle da vorne. Okay. So, Freunde. Wie viel haben wir denn noch? Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alle da vorne. Aua. So. Der geht weg. Und ihr geht auch jetzt mal ganz schön schlafen. Ah, fuck. Schnell weg hier. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Schon die ganze Rüstung für... für Schüsse weg. Äh, für Kugeln weg. Die ganze Kugelrüstung. Oben links. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh Gott. Aua. Schnell weg hier. Oh Gott. Wir sind tot. Verdammt. Ah, das sah doch erst eigentlich gar nicht schlecht aus. Schrot finden können dir eine Menge Schaden zufügen. Ja, das habe ich gemerkt. Das habe ich leider gemerkt. Hör mal. Wenn du mich fragst, hat er nicht vorzuzahlen. Sobald einer der Killer die Fledermaus erledigt, macht der Boss ihn kalt und behält die Kohle. Nee, wenn er sowas abzieht, wird ihm niemand mehr vertrauen. Er wird von allen anderen Organisationen... Hä? Was? Wer ist die, du? Das war überhaupt gar kein guter Start. Oh Gott. Das ist ja gar nicht gut. Oh Gott. Das geht ja gar nicht gut. Oh Gott. Einmal schön reingesprungen in die Pumpgun. Schade, schade, Schokolade. So. Na gut. Versuchen wir es noch einmal. Echt nicht einfach. Echt nicht einfach. Ich fragst, hat er nicht vorzuzahlen. Sobald einer der Killer die Fledermaus erledigt, macht der Boss ihn kalt und behält die Kohle. Nee, wenn er sowas abzieht, wird ihm niemand mehr vertrauen. Er wird vor allen anderen Organisationen in der Stadt das Gesicht verlieren. Mann, seht ihr noch an, was er uns hier machen lässt? Hast du ernsthaft, er hat Angst, das Gesicht zu verlieren? Da ist was dran. Hä? Wo ist denn der Typ, der sonst hier lang lief? Da unten ist der Störsender-Kollege. Ich muss hier raus! Ach, du Schande. Aua! Verdammter Sack! Geh weg! Boah! Du Penner! Nee, geh weg! Lass mich in Ruhe! So, da haben wir jetzt erstmal ordentlich Krawall gemacht. Es ist nur noch einer. Es ist nur noch der da. Wie super. Was ist das denn, bitteschön? Ja, dann schnappen wir uns den doch. Und aus! So. Das klappte doch sehr viel besser. Warum auch immer. Dann pack doch mal deinen Sequenzer aus, Kollege. Das gucken wir uns mal an. Ich... See. Ah. Schönes Kennwort. Freunde. Wir kommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Puschener? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre. Also, wenn ich dich anheuere, den Batman zu töten... Hältst du die Klappe und tötest den Batman! Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich. Ich bin der Typ mit der Klappe und der Klappe und der Klappe und der Klappe und der Klappe. Will einer ein Stück? Alles klar? Die Versammlung ist vertagt. Raus mit euch und tötet Batman! Beweg dich, Großer! Nein. Er kommt dich holen. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Also, wartest du. Na? Das sollte spannend werden. Dieser Aufzug sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wiederherstellen. Oh! Hallöchen! Schockhandschuhe! Genau sowas habe ich gesucht. Interessant. Okay. Das Ding hier also. Halten zum Aufladen. Ah, guck an. Und die Dinge haben wir auch haufenweise in der Stadt. Ostturm, 10. Stock. Oh, alles vollgeschneit. Oh, Türen abgeschlossen. Was ist hier? Türen abgeschlossen. Okay. Haben Sie den Joker gefunden, Sir? Ja. Er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder. Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet. Und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. Zweifelsohne werde ich einen Weg finden. Alfred. Elevators. Okay. Was haben wir da denn? Mahlzeit. Nein. Oh Gott. Ey, du. Sack. Sack. Den gibt es auch noch gratis heute. Nein. Lass den Knüppel liegen. Ah, schade. Ich habe ihn gerne noch mitgenommen. Da. Knie drauf. Du machst einen dicken Fehler. Hier gibt es Schockernschuhe, Freunde. Linke, rechte Maustaste. Alles klar. Oh. Entschuldigung. Vorsicht mit dem Schuh. und aus, vorbei. Klappe zu. Du kommst ein bisschen spät zum Essen. Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen. Ah, der Joker hält wieder eine seiner Reden. Da habe ich keine Zeit, finde ich keine Lust zu. So. Und rein in den Lüftungsschacht. Aufzugsschacht. Okay. Was finden wir denn hier tolles? Oh, da liegen... Sind das die Jungs von gerade? Okay. Da drüben ist wieder so ein Generator. Oh. Wasser. Das war eine gute Idee, glaube ich. Hier rüber zu gehen. Aha. So geht das. Oh, der verliert auch Strom. Der geht nicht bis ganz nach oben, glaube ich. Aha. Entschuldigung. Ich musste den mal eben kurz ausschalten. Nein. Nein. Du mit dem Messer, du gehst mir auf den Keks. Du gehst mir auch auf den Keks. Ja, du nimmst aber das Messer nicht mehr. Na. Sausack. Na. Hör mal. So, Freundchen. So, wer will nochmal? Guten Tag. So. Schön einmal in die Nieren mit dem Schockhandschuhen. Das lässt so ein Mafiosi auch umfallen. So, was haben wir hier noch? Kannst du mir noch irgendwas Nützliches erzählen? Bitte, bitte. Tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay. Bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geisel in der Overview-Bar. Wo ist das? Die hängende Bar. Zwischen den Türmen. Dann hole ich deine Freunde da wohl auch mal raus, wa? Haben wir hier noch irgendwas? Überall Geschenke. Bestimmt alles Bomben. So wie wir den Joker kennen. Also, schauen wir mal. Das sind zwei gerettete Hotelangestellte für dich und... Oh je, ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend. Aber der, wenn du vor uns bleibst. Sie sind nicht für dich. Ich bin nicht losgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich direkt um die Ecke. Wir haben hier 400 Pfund Schläge. So, mein Freund. Guten Tag. Genau. Mist. Okay. Wir sind im Westturm. Ja, dauert noch ein bisschen bis zur nächsten Stufe. Was haben wir da denn? Das ist eine Selbstschussanlage da. Da haben wir doch unseren... Wie heißt er denn noch? Unterbrecher. Zack. Na, Jungs? Na, wer wird denn gleich? Ich muss hier raus. Ich will aus der Ecke raus. So. Nein. Vergiss das. Vergiss das. Und aus. Und du kriegst auch noch einen mit. Aha. Okay. Westturm. Lüftungsschacht. Okay. Haben wir hier irgendwas übersehen? Na, sieht nicht so aus. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Das sieht nicht so gut aus. Ähm. Da können wir rüber. Das kriegen wir noch wohin, Kollege. Okay, hier können wir also so rüber wahrscheinlich. nicht. Sneaky, sneaky. Schön einmal überseil. Was haben wir denn hier Schönes? Könnten wir die nicht irgendwie zumachen? Nee, ne? Na, schade. Jetzt können wir da hoch. Okay. Okay. Hm. Jetzt können wir da hoch. Das ist ja eine ordentliche Partie hier. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Das tut weh. Ja. Aha. Na, dann zieh das Ding auf. Ach. So. Da müssten wir doch dann so drunter herkommen. Hallöchen. Tut mir leid, Kollege. Du hängst da aber so schön. Aha. Hier können wir noch rein. Was haben wir denn hier noch? Da geht's an den Griff. Oh, war ja direkt an den Ventilatoren. Tut das weh? Ja, das tut wahrscheinlich dolle weh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe nichts, dass uns die Ventilatoren... Oh. Nein. Ach, guck mal, wer der hängt. Unser Kollege. Schön. Ähm. Okay. Wie könnte es weitergehen? Da wahrscheinlich. Okay. Einmal die Detektiv-Sicht anmachen. Gucken, ob hier uns nicht irgendwas erwartet. Was haben wir da denn? Noch ein Laptop? Ne, ist nur eine Baustrahlerlampe. Schade, schade. Engine Room. Okay, das scheint also jetzt geschafft zu sein. Westturm. 25. Stock. Okay.